Ja, ich bin der totale Abenteurer und Entdecker. Ich mache das gleich noch einmal. Ich bin schon als kleines Mädel auf jeden Baum aufgerollt. Es war nichts zu hoch, weil ich wollte unbedingt wissen, wie schaut die Welt von oben aus. Mein größtes Vorbild ist der Indiana Jones. Ich wollte immer sein wie er und ich bin mir sicher, wenn ich nicht so riesen Angst vor Spinnen hätte, würde ich heute Höhlen erforschen, würde im Dschungel nach irgendwelchen Schätzen suchen oder Pyramiden besteigen. Heute kann ich meine Abenteuerlust ausleben, indem ich mit einem Kunstflugpiloten mitfliegen kann oder aus dem Flugzeug springen mit einem Fallschirm. Das taugt mir total. Meine Neugier kann ich jetzt im Beruf ausleben, indem ich so viele verschiedene Charaktere kennenlerne, mit so vielen unterschiedlichen Menschen arbeiten darf und so viel Spaß habe daran, andere Welten zu entdecken, andere Geschichten zu hören. Ich arbeite beim Hilfswerk, weil ich mehr bin als Pflegepersonal.